Puh! Unser Lager und das weiter drüben sollen zu einer großen Armee vereinigt werden. Sag, dass das nicht wahr ist! Ich teile mein Essen mit niemandem! Ganz meine meine. Es ist eine schreckliche Idee. Lässt uns schwach! Schleicht hier jemand herum? Ja, komm! Komm! Ja, brav! Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Jetzt kommt es halt her, oder? Nisch! Habt ihr das gehört? Selbst ein dickes Spiel. Das ist ein Rollenspiel, oder? Klar. Puh, das war aber knapp gerade. Oh, einer gesehen. Mach's denn jetzt. Ich hab das was editiert. Urke Shark. Shark haben wir schon. Einen Augenblicksschritt der Schütze noch auf der Mauer entlang. Die nächsten stürzen er schon hinunter. Der Tag hat sich an ihn herangeschlichen und ihn herunterdümmert. Gab's ja wieder Updates für ETS und ATS. Echt? Ja. Bei ETS gibt's keinen EU-1-2 mehr. Der ist weg. Bei ETS? Ja. Also gibt's jetzt nur, äh... EU-2, EU-3 und EU-5 gibt's. Ja bestimmt, weil bei EU... ... kann so viele auffahren. Bei EU-2 und nicht bei EU. Ich denke auch mal. Aber ist doch scheiße, denn... ... kann jeder wieder wie der will jetzt ausspielen. ... von ihrem Leiden. Er sollte ihnen zumindest die Weichteile langsam herausziehen. Damit sie sie sich noch ansehen können. Du dumme Marder. Red nur so weiter und du wirst noch vor dem Henker in... Mach ihn denn jetzt hier. Weiß ich. Wenn ich den durchsichtigen Typen weiß ich, dann muss ich ihn mal an Game of Thrones drehen. Ich hab mir so falsch vor, die Menschen mit ihren dreckigen Fingern an das Zeug heranzulassen. Ach so, ja. Irgendjemand muss die Art der Fakte ausgraben. Der dunkle Herrscher will sein Eigentum. Ihm ist es egal, wer es anfasst, solange er es zurückerhält. Hat Steffen gar nicht mehr kommen. Erf, komm schon. Ich muss weiß für die Faktoren. Ja, hier bin ich auf cliche. Das hier sind die Faktoren da... Ach, geschafft's. Ach, geschafft's ey. Ich bin ja nicht auf jeden Fall der Kiste. Die Kisten fahren alle Sandtapflöcke. Das sieht aus, mit seiner Masse. Ich rieche Fleisch, Sklavenfleisch. Du meinst bestimmt den Chef von dem weißen Wanderer, meinst du, ne? Ja, ja. Ihr habt mich in eure Heime und in eure Leben gelassen. Und nun übertragt ihr mir die größte nur denkbare Ehre, obwohl ich vom schwarzen Tor komme. Obwohl ich euch einst als Feind bekannt war, wende ich Gondor den Rücken zu. Ihr Ausgestoßene, wie ihr gesagt habt, seid ein voll voll Ehe, voll Stärke. Ich habe in eurem Stamm meine Liebe gefunden. Ich habe auch meine Schleifung drei waren fertig gemacht. Einziger von euch die gleiche andere Klatschen. Ich wusste, dass ich nicht wusste, dass das passiert. Jetzt ist es an der Zeit, wenn ich euch etwas leere. Ich werde euch mein gesamtes Kriegswissen beibringen. Ihr Ausgestoß oder sich selber anstrengen worden ist. Aber wir werden die Stärke finden, sie zurückzudrängen. Und dieses Land wird uns gehören. Wenn, wäre auch nicht schlimm. Und wie bist du jetzt an der Decke angekommen? Ich habe eine Leiter genommen. Alfredo hat einen Besen genommen. Auf. 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 Halt erstmal Ja, das ist Absolut Selbst ohne den verheerenden Einfluss des dunklen Herrschers wird den Menschen das Ende des Krieges nie vergönnt sein Ich steh Ich steh genau denn dann brauchen wir ja alle spaß und nicht nur alleine viel spaß und nicht nur mein spaß kratzer alter pflege scheiße pack auf weg das pflanzen ja er schätze ich in die hose soll geil und dem braucht kümmern ja schön helder wie viele büte sind das Es ist schrecklich. Es ist ein Wettbewerb. Ein Konix. Das war ein Doser. Ein Schwer. Die Sklavenmeister in den Minen müssen ihre Bleiche und Erde arbeiten lassen. Im Kampf denke ich nur an eine Sache, den Hass bin ich. Der Hauptmann hat aufgegeben, die Leichen zu zählen, die der Waldläufer durch seine Überfälle aus der Luft hinterlässt. Einhören. Der neue Hauptmann wird viel länger durchhalten als der alte. So viel steht fest. Der neue Hauptmann hat nichts von Ihnen zu sehen. Ach komm, lasst uns nicht im Stich. Was? Oh, schade. Riss mein Schwert, du Ratte. Strike würde ich sagen. Ey, das ist schon unnimmig, Alter. Er hat so einen Schweine. Jetzt aber. Bitte hilf mir, bevor sie wiederkehren. Na klar, kein Thema. Machen wir doch. Das ist unsere Chance. Oh, schade. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.